und jetzt ich suche nach einer lösung ich bin schon mal aus so einer zelle ausgebrochen echt und wie die schlüssel sind einfach aufgetaucht ja super danke super hilfreich ich hätte wirklich gedacht dass die königin mehr daran interessiert sein würde dass das feuer im eisschloss ausgezündet wurde was wer seid ihr woher wissen sie das beantwortet meine frage sonst siehst du gar nicht so schwer jetzt zurück zu der feuerprinzessin wir müssen sie jetzt angreifen bevor sie merken dass wir entkommen sind möchtest du nicht lieber weg laufen bevor sie uns nochmal einsperren ruby frau kalt meine mutter und alle anderen leute vom eiskönigreich erwarten etwas von mir und diesmal werde ich sie nicht hängen lassen ok ok den umhang ziehst du aber aus ein Drei, zwei, eins, go! Was zum Teufel? Heiß, 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 heiß! Drei, ahhhhhh! Das Strat! Jetzt ist die Situation wirklich viel besser. Ich dachte, du hörst auf mit dem Meckern. Die Prinzessin? Oder besser Königin? Ups, du bist jetzt wohl nix mehr? Und wie fühlt es sich an? Ganz reizend, danke! Kann sein! Du hast hier noch nicht echte Schmerzen erlebt. Ist das alles, was ihr habt? Sie werden ihrem Ruf nicht gerecht. Übrigens, was ist mit euren Hörnern passiert? Letztes Mal sahen sie aber nicht so schlimm aus. Ruhe! Wer weiß, dass ihr hier seid? Was wisst ihr über unsere Operation? Lasst mich raten. Ihr baut Waffen, die Magie absorbieren und die Magie... Ich kann sehr lange aushalten. Sieht man dir an, aber deine Freundin da? Die arme, kleine Prinzessin. Ob sie wohl diesmal jemand retten wird? Bist du jetzt gesprächiger? Was erwartet ihr, dass ich sage? Ja, alle wissen, dass wir hier sind und wir haben alles über ihre Operation herausgefunden. Zufrieden? Okay, okay! Nein, es weiß niemand, dass wir hier sind. Sprich weiter! Was wolltet ihr nochmal wissen? Keine Scherze mit mir! Stopp! Täusche ich mich? Oder war das nicht Frau Keitsdienerin? Genug, genug! Jetzt! Kann mal jemand die Tür aufmachen? Hallo? Vielleicht sollten wir die Kriegserklärung nochmal überdenken. Die Tür! Ja, König. Das war nicht Gibbons. Frau Kalt, hat er recht. Wir haben echt Mist gebaut. Eure Hoheit! Frau Kalt ist im Keller und führt etwas im Schilde. Frau Kalt und Diener! Diener! Bereitet mein Pferd vor! Ihr zwei, kümmert euch um was auch immer Frau Kalt im Schilde führt. Ich werde mich meiner Armee anschießen! Ich werde mich meiner Armee anschießen! Ich werde mich meiner Armee anschießen! Mein Herr! Sollen wir sie festnehmen? Wie schwer ist es zu kapieren, dass Frau Kalt euch gerade rettet? Möchtet ihr, dass das Schloss zu Wasser wird? Es wird nicht mehr lange dauern und dann ist es soweit! Schiff! 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 Lasst Frau Kalt in Ruhe und holt Leute zum Mithelfen! Jetzt ernst? Ja, und zwar sofort! Polizia! Autsch! Hast du es immer noch nicht verstanden? Ich bin unbesiegbar! Und jetzt werde ich den letzten Tropfen königliches Blut ausrotten! Es tut mir leid! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr ernst untersiden, dass es das Glocken will! Das ist eine Formelung imングelt! Der Glocken musste nur Kultur! Wenn ich ihn zurückfahre, muss ich dich unter undklarieren! Fühl! Ich kann nicht mehr, wenn es die Welt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020